Das Starkenburg-Gymnasium Heppenheim ist ein staatliches Gymnasium in Heppenheim. Benannt wurde es nach der Starkenburg-Geschichte. Im Jahr 2007 feierte die Schule ihr 125-jähriges Jubiläum. Seit 1967 befindet sie sich am heutigen Standort. Das alte Schulgebäude wurde im Zeitraum von 2007 bis Oktober 2012 vollständig umgebaut. Pädagogisches Konzept Besonderheiten Seit dem Schuljahr 2008-2009 bietet das Gymnasium eine Nachmittagsbetreuung an, die neben der Möglichkeit zur Einnahme eines Mittagessens eine Hausaufgabenbetreuung und kreative sowie sportliche Angebote umfasst. Neben Musikarbeitsgemeinschaften werden mehrere Medien sowie Sport-AGS, eine Literatur- und Theatergruppe sowie eine Psychiatriebesuchergruppe angeboten. Austauschpartnerschaften unterhält das Starkenburg-Gymnasium mit Schulen in Westbend St. Petersburg und Lechesney. Das Gymnasium ist seit 2006 Pilot-Schule des Kreises Bergstraße für den Einsatz neuer Medien. Im Rahmen des Projekts Lernen in Notebook-Klassen kann seit 2006 ab Klasse 7 mit Gele-Asten-Notebooks gearbeitet werden. Das wird intensiv genutzt. Schüler aus finanziell schwächerem Elternhaus wird eine Unterstützung seitens der Schule angeboten. Das Ziel ist eine Erziehung zu einem verantwortungsvollen und bedachten Umgang mit neuen Medien. Im Jahr 2010 wurde das Gymnasium offiziell als erste Notebook-Schule des Kreises Bergstraße ausgezeichnet. Der Unterricht ist durch die Benutzung der Laptops sowie durch den Einsatz von interaktiven Whiteboards sowie einer Lernplattform beeinflusst. Das Starkenburg-Gymnasium ist auch eine Pilotschule von It's Learning, das aus Norwegen stammt. Hierzu besteht eine Kooperation mit der Nessorden-Wedirigendes-Kohle, die sich südlich von Oslo befindet. Das Starkenburg-Gymnasium nimmt und nahm darüber hinaus an Comenius-Regio-Projekten teil, um Austausch und Kooperation im Zusammenhang mit dem Einsatz neuer Medien in Schulen zu anderen europäischen Partnerschulen zu initiieren. Bekannte ehemalige Schüler Sebastian Vettel, deutscher Formel-1-Fahrer und bisher jüngster Formel-1-Weltmeister Alexander Bauer, Abgeordneter des Hessischen Landtages Horst Dantes, deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer Sonstiges Nach dem Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft durch ihren ehemaligen Schüler benannte sich die Schule im Jahr 2010 vorübergehend auf ihrer Homepage in Sebastian Vettel Gymnasium um.